Wir haben den 1.10.2022. Jetzt hat gerade der Himmel angefangen sich rosa zu verfärben. Wenn ich vielleicht ein wenig vorher raus wäre, dann wäre mir die Verfärbung gerade gelungen. Das dauert nicht einmal in Minuten. Und dann geht es von blau direkt ins rosa. Oh, ich fühle mich. Wir sind alle unterwegs. Jetzt ist es 7.20 Minuten. Oh, das sind Schwalben. So früh am Morgen. Ich würde mal schauen, ob man sie hier sieht. Und da. Nein, doch. Das ist jetzt zum zweiten Morgen. Das ist echt am Morgen. Leider muss sie gehen. Ja. 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 7.19, 1.10.2022, ich weiss gar nicht, ob ich mich jetzt Zeit habe, aber ich bin erst gerade aufstanden und mache eigentlich keine.